Musik Johanna sitzt in meiner Gart und ich habe die Affenfüße geschlossen. Ich greife auf die Seite mit der Hand, wie als wollte ich ihr die Hand geben und halte ihr fest. Auf der anderen Seite greife ich weit rüber auf die andere Schulter, wie als wollte ich sagen, gut gemacht. Ich greife in die Jacken nach hinein, lege mich auf den Rücken und nehme Johanna mit. Ich öffne die Beine und lege mich dort auf die Seite, dort hat sie keine Spitze mehr. Ich lege mich auf die Seite und komme hoch in die Maut. Ich lege mich auf den Rücken. Vielen Dank.